Habe die Ehre, mein Name ist Angermoser, Kommissar Angermoser, Chef der zuständigen Polizeidienststelle. Leider müssen sie jetzt, statt Hochzeit zu feiern, zu einem so traurigen Anlass zusammenhocken. Sicher hat es sich bei ihnen schon herumgesprochen, dass wir einen Toten am Gipfel der Oberspitz des hiesigen Hausbergs gefunden haben. Es ist der Greitmeier Josef, genannt Seppi, hochgeschätzter Koch dieses Etablissements. Ewig schadet es um den guten Kaiserschmarrn, den er aufzischt hat. Eine wahre Schand ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020